Yo, Doppelpiece, was geht ab? Nee, ich bin natürlich kein Tanzverbot, ich bin... Tanzverbot. Und ja, Freunde, auf jeden Fall habe ich geile News für euch. Und zwar wird... Moment, ich zeige es euch hier an meinem Mikrofon. Es wird ein District kommen. Diese Woche wird noch ein District kommen. Gegen... Ihr dürft dreimal raten. Nein, es ist kein ApoRed. Noch zweimal. Nein, es ist auch kein ApoRed. Und noch einen Versuch habt ihr, Freunde. Es ist... Nein, kein ApoRed. Es ist Tanzverbot, Freunde. Es ist Tanzverbot. Ich werde ihn so wegklatschen, Alter. Ich habe das Video heute schon aufgenommen. Ich kann es euch leider nicht vorspielen, weil der District kommen wird. Und ich muss noch das alles abfilmen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich will jetzt aber nicht so schnell reden. Deswegen fahre ich jetzt ein bisschen runter und rede normal. Ja, es wird ein District kommen gegen Tanzverbot. Freunde, ich habe mir am Wochenende, ich glaube, zwei oder drei Stunden dauernd Rap-Tutorials angeschaut. Wie man richtig float und so weiter. Ihr wisst Bescheid wegen meinem letzten Rap. Da war ja der Flow echt daneben, muss ich ehrlich sagen. Und, Freunde, ich finde den neuen Track. Ich habe es zur Hälfte, habe ich ihn fertig. Auf jeden Fall, der Flow ist nicht natürlich wie ein Profi, aber für einen Anfänger richtig sick. Ich schwöre es euch. Ich habe den Leuten, den ich es gezeigt habe, den Track bis jetzt, haben alle gesagt, ist echt geil geworden. Und ein paar meinten auch, Alter, das ist ja wie ein Profi und so. Und, ja, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich bin natürlich kein Profi, aber ich finde es echt nice. Ich habe jetzt auch geile Audioqualität am Start. Hier natürlich Mikrofon mit Hallschutz oder wie der Kack heißt. Dann habe ich mir hier noch, ich zeige es mal kurz, eine Soundkarte bestellt. Im Moment, das hier ist die Soundkarte. Ist auf jeden Fall auch richtig sick geworden. Ich will es aber auch nicht so viel labern. Doppelpiece an Tanzverbot, falls ihr das Video sieht, also die Ankündigung. Vielleicht werde ich das Video auch noch löschen, weil das ja nichts Besonderes ist. Dieses Video ist nur eine Ankündigung für euch, Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich will, dass ihr es diesmal richtig fair bewertet, ob es eine Verbesserung zum anderen ist oder nicht und was man verbessern kann. Also schreibt es bitte bei dem Video in die Kommentare und allgemein, wie ihr den Flow fandet und so. Also ich finde ihn bis jetzt richtig nice, aber wir werden ja sehen im Video, wie er ist. Also Freunde, seid auf jeden Fall gespannt. Ich weiß noch nicht, vielleicht Donnerstag oder Freitag wird das Video online kommen. Ich muss natürlich noch das Musikvideo drehen. Also Audioaufnahme habe ich zur Hälfte jetzt fertig. Und ja, es wird auf jeden Fall derbe und Doppelpiece an alle Tanzverbot-Fans hier draußen. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal und Tanzverbot I destroy. Juhu. Juhu.